Hi, ich bin Tommi Morgenstern. Ich bin auf der Comic-Con in Dortmund. Ich bin der deutsche Synchronsprecher von Sherlock, Thor, Daryl Dixon und Son Goku. German Comic-Con, great to be here. Thank you all for having me. Comic-Con ist für mich immer totales Jahreshighlight, weil hier trifft man auch Gleichgesinnte, die auch eben im Kostüm unterwegs sind. Ich bin Tommi Morgenstern. Ich bin Jack Gleeson, hier am German Comic-Con. Wir sind wirklich, wirklich ein tolles Mal, und ich kann nicht warten, zu sehen uns auf der nächsten Mal.